Planetarium Bochum präsentiert Space Facts Im Weltall gibt es einen Weihnachtsbaum. Eigentlich hat unser Weltall-Weihnachtsbaum einen ziemlich langweiligen Namen oder eher eine Nummer. NGC 2264 nennen die Astronomen ihn und er ist ungefähr 2700 Lichtjahre von der Erde entfernt und liegt im Stammbild Einhorn. Was NGC 2264 nun mit einem Weihnachtsbaum zu tun hat, sieht man erst in einem genauen, farbigen Bild. Wir erkennen dann einen kegelförmigen Sternhaufen voller leuchtender blauer Sterne, eingebettet in einen roten Gasnebel. So entsteht der Eindruck eines Weihnachtsbaums, der mit glänzenden Sternenkugeln geschmückt ist. Die Sterne sind jung und heiß und strahlen viel heller als unsere Sonne. Ihr Licht bringt auch das Gas der Umgebung zum Leuchten. Planetarium Bochum